Hallo und Waldmannsheil, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hunt Cook & Grill. In dieser Folge gibt es eine gepulte Wildschweinschulter. Das Ganze werden wir würzen mit dem Nordic Wild Gewürz von Ankerkraut. Hier haben wir unsere Wildschweinschulter von meinem letzten Stück Schwarzwild. Außerdem brauchen wir da eine Edelstahlform. Das wird hinterher noch mal wichtig für die Art der Zubereitung, wie wir es machen. Und wie das Ganze geht, das seht ihr in dieser Folge von Hunt Cook & Grill. Also bleibt dran und viel Spaß dabei. Ja, die Vorbereitungen sind eigentlich total simpel. Wir nehmen hier unsere Wildschweinschulter. Machen da überhaupt nichts mit, außer die einmal in unsere Edelstahlform zu legen. Jetzt nehmen wir unser Gewürz und streuen das Ganze wirklich großzügig auf das Fleisch. Und mit großzügig meine ich wirklich großzügig. Und da muss dann eine richtig dicke Schicht entstehen, auch hier, da wo das Fleisch am Knochen ansetzt. So schnell sind die Vorbereitungen abgeschlossen und gleich geht es am Grill weiter. Wie geht es jetzt weiter? Ganz einfach. Wir nehmen jetzt diesen halben Anzündkamin mit Kohlebrikett. Der halbe Anzündkamin mit Kohlebrikett ist drin. Jetzt habe ich hier Woodchunks, Hickory, Raucharoma. Und da reicht es wirklich, wenn wir so zwei, drei Stück da drauf legen. Sodass in den ersten Minuten das Fleisch richtig Rauch abbekommt. Jetzt kommt der Smoker-Aufsatz drauf. In die Smoker-Schale habe ich Wasser eingefüllt. Kaltes Wasser. Normalerweise nimmt man heißes Wasser. Aber in dem Fall ist es so, ich will nicht so furchtbar heiß räuchern. Maximal 80 bis 90 Grad. Weil der eigentliche Garprozess hinterher auf dem Gasgrill stattfindet in der Aluschale. Und ja, es geht jetzt wirklich nur um kräftigen Rauchgeschmack erstmal in die äußeren zwei Zentimeter des Fleisches zu bekommen. Ihr seht, es fängt auch schon ordentlich an zu rauchen. Deswegen hole ich jetzt das Fleisch und das wird direkt aufgelegt. Ja, das Fleisch war jetzt circa anderthalb Stunden im Rauch. Und jetzt nehmen wir das einfach runter. Und hier in unsere Edelstahlform. Und da kommt jetzt ein bisschen Flüssigkeit zu. Und Aluminiumfolie drüber. Und wie das weitergeht, erkläre ich jetzt gleich. Die Ruhe ist übrigens bei mir. Wir gehen jetzt gleich auf den Ansitz. Und damit wir nach dem Ansitz was Leckeres zu essen haben, machen wir das Ganze jetzt. Dazu gibt es noch ein bisschen herbstliches Gemüse, so Kürbis und Kartoffeln und Zwiebeln, so geschmort. Und wir müssen erst zum Ansitz, damit wir auch rüber haben. Genau. Ja, das Fleisch hat Durst. Deswegen kommt hier ein Schuss Rotwein rein, dass der Boden bedeckt ist. Man kann das nicht sehen, aber das Fleisch hängt so ein bisschen in der Luft. Das hat also keinen direkten Kontakt mit dem Metall. Und jetzt ist wichtig, dass hier oben so ein Bogen Backpapier draufkommt. Das Backpapier sorgt dafür, dass wir nicht den direkten Kontakt mit der Aluminiumfolie haben. Und jetzt habe ich einfach zwei Bögen großer Aluminiumfolie, die ich hier draufpacke. Und jetzt den Rand richtig feste umkrempeln. Das ist eigentlich das ganze Prinzip. Und so schaffe ich letztendlich den Garprozess, wo ich normalerweise bei einem guten Pult-Pork eine ganze Nacht für brauche, schaffe ich hier innerhalb weniger Stunden. Und bei dem Rezept ist das letztendlich auch egal, ob das jetzt gleich anderthalb Stunden da drauf ist oder zwei Stunden. Also wenn wir jetzt jagdlich erfolgreich sind und noch in die Wildkammer fahren müssen, dann sind wir natürlich noch ein bisschen länger unterwegs. Das macht aber nichts, weil das bleibt einfach da drauf und wird eigentlich nur noch zarter und besser. Was bleibt noch zu sagen? Genau, also der Grill, der hat 150 Grad, der kann noch 180 Grad haben. Wir packen das jetzt hier auf den Gasgrill in die Mitte. Der rechte Brenner ist an, der linke Brenner ist an. Den drehen wir jetzt so auf halbe Stufe. Dann bekommen wir so eine Temperatur von 160, 170 Grad im Grill. Und die Temperatur spielt überhaupt keine Rolle, weil drinnen haben wir ja Flüssigkeit, das Fleisch. Und deswegen haben wir immer 100 Grad in dem ganzen System. Und damit gart das Fleisch auch perfekt. Das Bindegewebe kann sich wunderbar auflösen und wir hoffen, dass das Fleisch richtig schön zart, saftig ist und man wirklich den Knochen komplett aus dem Fleisch rausziehen kann. Und jetzt geht's auf den Ansitz. Nach zweieinhalb Stunden war das Ergebnis perfekt. Ihr seht das gleich in den folgenden Bildern. Das Fleisch ließ sich super leicht vom Knochen ablösen. Und das ist Ziel dieser Zubereitungsmethode. Unten am Boden der Schale sammelt sich Fleischsacht und auch ein Teil der Flüssigkeit, die wir in Form von Rotwein dazugegeben haben. Man pullt das Fleisch einfach in diese Flüssigkeit rein. Man hat verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu verfeinern. Man kann Dörrobst dazugeben oder auch Barbecue-Soße. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Diese Zubereitungsmethode eignet sich auch super für Bratenstücke, wenn man keinen großen Schmortopf zur Verfügung hat. Man sollte dann allerdings beachten, dass man dann ungefähr nach anderthalb Stunden das Fleisch aus dem Ofen nimmt. Das Ganze geht auch mit Rippchen hervorragend. Also man räuchert die Rippchen eine Stunde, zwei Stunden auf dem Smoker. Und packt sie dann in dieses geschlossene System. Und die Rippchen werden dann nach zwei Stunden super zart und super saftig. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir einen freundlichen Kommentar da, einen Daumen nach oben und vielleicht so auch ein Abo. Macht's gut und weit man's halt.